Meistens mache ich das immer kurz nur eine Stunde und dann gehe ich wieder. Muss dann reichen. Adi, Schatz. Oh, alles Gute. Wie, du hast gar nicht Geburtstag. Hör auf, dich an dem Controller rumzureiben. Deswegen geht er immer nicht, weil du ihn immer voll zapperst. So, Adi, jetzt pass auf. Jetzt muss ich hoch. Oh, jetzt ist die Pokémon Go App angegangen. So, den stehen lassen und erst mal zum Krabbi. Äh, Surkrabbe. Ah, jetzt war es unser Affe. Ich komme nicht durch. Der ärgert mich. Hey, der ist ja saugut. Der heilt sich immerzu wieder, aber trotzdem... Ich glaube, es ist voll assi, dass ich Tyler gerade alleine lassen muss. Aber ich muss gerade an meine eigene Haut denken, ja. Die zu retten. Dass wir nicht beide dort tot in der Ecke stehen. Obwohl ich trotzdem gleich tot in der Ecke stehe. Alter, was ist denn das? Das ist vom Pandimos die ganze Zeit, ja? Wie nervig ist der denn? Jetzt ist es gleich aber wirklich vorbei, ja. So, ein Schwan. Kannst du mich bitte nächste Runde einladen? Eine Runde mache ich auf jeden Fall noch. Da bist du auch dabei. So. Schaut aus, wie er wartet auf mich. Und wieder diese schäbige Barrikade. Die nervt ja so komplett. Heil dich nicht, heil dich nicht. Nein, und er heilt sich. Batterie lässt nach. Jetzt nicht. Und der nächste kommt wieder. Und wieder tot. Ah. Es geht alles viel zu schnell hier. Schnell. Jetzt machen unten die. Zwei rote, drei blaue. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt warte ich erstmal kurz, bis das Lucario wieder herkommt. Oh, da sind die Beanies wieder in der Mitte. Ah, wie der sich bewegt. Nein, ich bin nicht an die Frucht. Die habe ich ihm aber geklaut. Und ich bin saularm. Aber vielleicht schaffe ich es noch kurz einzupunkten. Und vielleicht schaffen wir jetzt das Rottaum. Der hat die Bean noch fertig gemacht. Gut. Super. Dann hier. Was unten abgeht, ist egal. Tun einfach so, als würde man nicht hingucken. So, jetzt bin ich auch schon fett. Dann geht es weiter vor. Unser Freund ist wieder da. Den haben wir ja besonders gern. Alter, 29. Die müssen wir ihm aber nehmen. Ich hoffe, ich schaffe es mit den Zielen. Komm, hau nochmal was rein. Ja, da hängt noch ein Bällchen. Nochmal drei hinterher. Warum auch nicht. 17. Naja. Ah, wie komme ich dir jetzt so nahe? Gar nicht. Komm, ich bin ein Level mehr als du. Aber, ich bin gleich tot. Nicht. Ich lebe noch. Flucht Knopf. Schnell und jetzt rein tunken. Tyler. Nein. Tyler bewegt sich nicht mehr. Jetzt ist er tot. Ihr habt Tyler getötet. Ihr Schweine. So, was würde sich jetzt anbieten? Nochmal runter zu gehen. Ich würde ja jetzt gern runder auf die Schildkröte, dass wir da nochmal einen Level Boost haben. Ich weiß aber nicht. Wo der jetzt hinspringt? Der springt wieder hoch. Dann kann ich ihn natürlich nicht alleine lassen. Dann gehe ich auch wieder mit hoch. Die Beanies sind wieder da, oder? Ja. Beanies. Zeitlupe. Alter, und alle weg. Und rein. 50 Ocken. Und fort. Ja, sammel auf. Ich habe immer noch... Ich habe immer noch meine 50. Wie soll ich die jetzt hier reinkriegen? Hä? Ist der verrückt? Ah, da kam ich nicht durch. Das war zu viel. Ich meine, unten hängt ja noch eine. Die ist ja näher dran. Das würde gut aussehen. Ich habe immer noch 20 übrig. Obwohl, die laufen ja hoch zu unseren. Also, von wegen. Ich muss hoch, dass die nicht an die obere kommen. Aber... Lass bloß die Base in Ruhe. Da liegt noch ein bisschen was. Das sieht gut aus. Tja, und jetzt... Jetzt hat man so viel Zeug am Start. Man kann es gar nicht ablegen. Jetzt versuche ich in Zeitlupe da runter zu kommen. Also, wenn wir die alle umbringen, dann kann man doch ablegen und gemütlich zum Zapdos gehen. Ja, so wie ich das jetzt hier sehe. Müsste man doch jetzt was schön hier reinkriegen. Ach, dann lasst uns schon alle hoch. Ich hätte bestimmt jetzt in der Mitte noch Sachen abholen können, oder? Pfff... Pfff... Die Gegner trauen sich nicht mehr raus. Oh, 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 oh. Bisa, Bisa, Bisa. Ich glaube, die mögen mich nicht. Los, Punkte! Verstehe ich ganz alleine hier. Nochmal acht rein. Also... Was bringt es denn aber, wenn die sich da reinstellen und gar nichts mehr machen? Wäre es dann nicht schlauer, doch aufzugeben? 5, 4, 3, 2, 1... Komm, vorbei! Alter! 1053! Adi, guck dir das an! 96 mit dem Krönchen auf! Auf 3, 116! Oh! Dann gibt es auch noch Props. Ich gebe mir gleich selber Props. Na, wartet mal. Worauf geht das jetzt wieder? Bis ich da hinkomme und das gemacht habe? Hier, ich gebe euch auch Props, Homies. Ich gebe einem einfach jedem Props. Den Gegnern gebe ich auch Props. Ne, jetzt will ich mal gucken, wie das ist. Hier kannst du doch, glaube ich... Melden. Einfach so. Ja? Ich weiß immer noch nicht, wer mich gemeldet hatte. Und warum man sowas macht.